Es gibt verschiedene Artikel, verschiedene Techniken, verschiedene Persönlichkeiten. Alles ist einfach hier und ich denke, dass es ein wirklich tolles Event ist. Dass die Künstler aus diesem Bereich herkommen, dann wieder drum oft was darstellen aus dem Bereich und die Zuschauer auch aus dem Bereich herkommen. Es ist cool, dass es so vielfältig ist und es so viele Locations sind und du kannst hierhin gehen, dorthin gehen. Es wird einfach nicht langweilig. Du hast eine Woche Action hier. Du kannst was produzieren, kannst du was anschauen, kannst dich inspirieren lassen von anderen Leuten. Das finde ich super. ... ... ...